Ein fluschiges Hallösschen Leute, ich bin's, euer Flushy Zockt und herzlich willkommen zu meinem neuen Part von Mario Kart 8 Deluxe. So Leute, es kann endlich online hier losgehen und im letzten Part haben wir den letzten Cup gemacht im 200 TCM und ich bin auf jeden Fall schon erleichtert, dass wir mit den ganzen Cups durch sind, außer dass ich noch bei 150 TCM die ganzen Cups durchspielen muss, aber ich werde das für mich alleine zocken, also auf jeden Fall ist der Online-Teil schon erledigt, also ja, auf jeden Fall geht's hier online weiter. So, ich werde mal, wie's aussieht, einen Freund von mir joinen, und zwar den netten André, also korrekter Freund von mir, der Amoro heißt er im Spiel und ja, wie man schon sieht, hab ich schon bereits mit ihm gespielt und ja, ich hab ja schon mich eingespielt, also schon im Online-Modus, also, ähm, ja, ich hab schon über 3K und ich spiel jetzt nicht das erste Mal online, falls ihr euch fragt und ja, da sieht man auch, ne, so die Statistik, so Statistiken. Okay Leute, dann werde ich ihn jetzt mal joinen und bis gleich, ich werd mal kurz kappen. Okay Leute, ich hab's endlich geschafft, ich bin jetzt drinne, mit der, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt mal mit hier spielen kann, weil ich musste gerade lange warten, weil die Kuppe vorhin wirklich voll ist, voll war, also, ja, klar. Ähm, wie man schon sieht, ist ja auf jeden Fall viel los, und da vorne seh ich schon den André, ist klar. Er ist echt gut, also ich hab schon Respekt vor ihm, ja, ja, aber er spielt ja schon länger als ich, und, aber trotzdem, ich hab auf jeden Fall Respekt vor ihm. So, ja, ich glaub, der ist jetzt, äh, ähm, happy, dass er dabei ist, hier im Part, glaub ich mal. Ja, ja, ich wollte, ich wollte, ich wollte ein Part aufnehmen, so, wegen ihm, sag ich mal, weil ich Bock hatte, so. Gut, äh, ja, ich hab, ich hab mich nicht so wirklich vorbereitet, so, ähm, ja, so wegen die Projekte, ne. Wie man schon hört, weil ich hab wirklich nichts zu sagen momentan. Okay. Ah, da kommt eine Blaue. So. Äh, ja, da tut mir schon leid, dass er die Blaue kriegt. Ich würde ihn ja gerne vorlassen. Aber, ja. Wenn das jetzt vor der Ziellinie wäre, dann würde ich ihm auf jeden Fall vorlassen. Weil, das ist, natürlich unfair, ne. So, wenn man jetzt vor der, vor, vor dem Ziellinie, äh, vor der Ziellinie jetzt, ähm, ja, eine Blaue kriegt. Aber, ich bin einfach so korrekt. Nein, ich, äh, scheiße. Ich wollte doch stehen bleiben. Meine Fresse. Ja, ich wollte mal jetzt wirklich einen Ehrenmann machen, aber, ne, ich, ich, ich wusste jetzt nicht, wie ich abbremsen soll, alter, echt. Oh, man. Also, das war jetzt kein, ist jetzt keine Verarsche. Ich wollte wirklich abbremsen, aber ich wusste nicht, wie, wie jetzt drücken soll, also. Äh, ja, egal. Dann, im nächsten Rennen geht's, ja, bis gleich. Okay, Leute. So, Mute City ist das wahrscheinlich. Jo. Okay. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon die Punkte gesehen habt, so vorhin noch in der Tabelle, also, er hat schon echt viele Punkte. Und, ja. Über 13k hat er, der André. Ist klar. Also, der Amoro, falls ihr euch fragt, wer es wieder ist. Leute, aber man sieht ein bisschen so, dass er versuchen will, die Demon Sliding zu machen, aber das bringt ja nichts, weil, die Japaner, also die Entwickler, haben das ja gefixt, ne, also, leider. Auch den, äh, Firepink natürlich. Oder, ich weiß nicht, aber, das sah so aus, dass er wirklich so Demon Sliding machen wollte, aber auch Spaß wahrscheinlich. So, he, he, gut. Und, okay, er ist wieder Erster, ist klar. Souverän, wie ich sehe. Ah, ich krieg dich noch, mein Freundchen. Ja, natürlich, ich werde so abgehalten, ey. Was soll der Scheiß hier, hm? Weil, er hat auf jeden Fall einen guten Vorsprung. Der André, der Amoro. Ist klar. Ja, ein Pilz. Ja, da komme ich jetzt nicht wirklich weiter, aber es geht. So, ah, ich brauche doch, ey, ein Geschenk, Alter, jetzt nicht verarschen. Verdammt. So, ah, nein. Oh mein Gott, ich wollte abbremsen, heftige Scheiße. Oh Mann, Alter. Ja, der, der hat's gut, der hat's gut, der Amoro, also der André. Weil er nix kriegt, ne? Darum ist er, ist auch weit vorn. Nein, ne Scheiß-Banan, Alter, ey. Komm, hör auf. So, gefällt dir das? Gut. Nein. Nein, er ist ja vor... Alter, Verwalter. So. Könnte ich noch hier Zweiter bleiben? Könnte ich noch hier Zweiter bleiben? Nein, natürlich nicht. Weil die Scheißrote mich verarschen will. Ich könnte kotzen, ey. Ah, ich könnte noch Dritter, ja. Alles klar. Nein, natürlich nicht. Verarschen, Alter, fick dich, Game, echt. Ganz ehrlich. Ah, ich mache noch, ich mache noch ein Rennen. Also, ich mache jetzt, ähm, ja. Ich mache noch ein Rennen. Bis gleich. Okay, Leute. Varios Abfahrt. Los. Auf jeden Fall will ich hier weitermachen. Komm. Ja, wir warten. Ich warte jetzt. Aber man muss jetzt halt, wir jetzt leider warten. Wir sind start. Ähm. Ja, endlich. Ja, ich habe, ich habe, ich habe kein Wasser getrunken, wie ihr schon merkt. Also, meine Stimme, verdammt. Äh. Die verkackt, ja. Und darum rede ich auch irgendwie so ein Bullshit, wenn ich so einen tockenen Hals habe, verdammt. Nein. 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 Ich bin eine Fotze. Okay. Okay. Oh, nee. Nee, der hat eine scheiß Grün ist klar. Na, ich werde dich in Ruhe lassen natürlich. Am Büro. Oder André. Ja, ich werde dich andrehen dann natürlich nennen. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch gut ist. Oder so, dass ich nur aufnehme, aber meine Stimme ist echt gerade beschissen, ey. Das war jetzt echt fies, natürlich. So ein Hund. Nein, ich rampe. Oh, ich bin so ein Dulli, Alter. So ein Dulli. Ja, alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Mein Gott, mach doch einen Stunt. Meine Fresse, was war das denn? Alter, leck mich doch am Arsch. Scheiß, ehrlich. Ja, ist klar. Ja, ja. Natürlich. Natürlich. Ja, danke, dass der mich noch vorgelassen hat. Wie korrekt er auch schon ist. Ja, dann werde ich jetzt mal den Part aufhören und schau. Tschau. Ja. Ja, danke. Ja.